Metamarkes, Sanjan ist direkt gut gestartet, genauso wie No-Show-Like-a-Joe-Show. Außen, Waldersee, Clever Candy auch gut auf die Beine gekommen heute vor Obazin, vor Best Flying und dann ist Perfect Pick zunächst einmal letztes Pferd. So geht es in Richtung des Horner Schlussbogens. Sanjan führt vor innen Clever Candy, Waldersee, Obazin in dritter Spur vor No-Show-Like-a-Joe-Show mit Best Flying an der Innenseite und Perfect Pick zunächst einmal letztes Pferd. Durch den Horner Schlussbogen hindurch hat Sanjan zwei Längen Vorteile, vor der Gaststute aus Frankreich, vor Obazin, vor Clever Candy innen, dann Waldersee, Best Flying, Perfect Pick außen und No-Show-Like-a-Joe-Show. Jetzt stehen sie an, die letzten und entscheidenden 500 Meter, Sanjan an der Spitze vor Obazin, dann Clever Candy hat jetzt die Lücke auch so ein bisschen gefunden, Waldersee in der Bahnmitte außen, Perfect Pick läuft ein Riesenrennen, Best Flying kommt überhaupt nicht in die Entscheidung. Sanjan an der Innenseite vor Clever Candy, Obazin außen, Perfect Pick, jetzt packt Best Flying an, aber es könnte zu spät sein. Vorne ist Sanjan, Sanjan mit Clever Candy für Hamburger Interessen, Clever Candy ist da für den Steilwinterhude, perfekt vorgetragen. Clever Candy gewinnt gegen Sanjan, gegen Obazin, dahinter dann Perfect Pick, Best Flying, No-Show-Like-a-Joe-Show und Waldersee. Geist. Untertitelung des ZDF, 2020